Leute, wir starten in eine neue Woche hier auf den Kryptomärkten und im heutigen Krypto-Wochenausblick erfährst du Step by Step, was wir von Bitcoin und Ethereum in dieser Woche erwarten können. Sehen wir noch einmal das Anlaufen unseres Bärenlevels, die nächste Zielmarke bei 51.000 hier in Bitcoin oder kommt es zwischenzeitlich noch einmal zur Korrektur einer 42.700er Marke? All das spielt sich hier in den untergeordneten Timeframes ab, wo wir natürlich auch Step by Step darauf eingehen werden. Natürlich schauen wir uns Ethereum an, hier stehen wir am nächsten Ziellevel, hier in diesem Fall Bärenziellevel, 3.520 haben wir angelaufen. Ich erwarte zeitnah hier eine Korrektur, wo liegen die aktualisierten Level und abschließend schauen wir natürlich auch noch einmal auf ETH BTC, die Total Crypto Market Cap und die Bitcoin Dominance. Denn heute Abend dreht sich natürlich wieder alles um die Altcoins, Primetime auf der Kryptowallstreet, jeden Montag, 20.30 kannst du dir jetzt schon rot in den Kalender eintragen. Sei unbedingt am Start, denn da beleuchten wir wieder sämtliche Altcoin Märkte, die du dir gewünscht hast. Schreib es mir gerne in die Kommentare, dein Analysewunsch und dann gehe ich da heute Abend drauf ein. Bevor wir mit dem Content starten, first and foremost smash the like button, natürlich den Kanal gerne kostenlos abonnieren, Teil dieser ganzen Community werden und keiner dieser brandheißen Chart und Trading Setups mehr verpassen. Glocke auf alle Stellen und natürlich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an jeden einzelnen Leute, wir haben es geschafft. 2000er Marke durchschossen, stehen schon bei 2010 Abonnenten. Next Goal 3K, wir arbeiten gemeinsam, geben tagtäglich dafür Gas und deswegen springen wir jetzt auch direkt in den Bitcoin Chart rein. Let's go Freunde, wir starten mit der Weekly Ansicht. Was können wir hier von dieser Woche erwarten, beziehungsweise was haben wir letzte Woche überhaupt erst einmal gesehen. Wir hatten natürlich unsere letzte High Ebene hier herausgenommen und die vorherige Woche auch mit dem Weekly Candle Close darüber geschlossen. In der letzten Woche haben wir noch einmal diese High Ebene retestet, auch die letzten Gaps gefüllt und dann gab es soweit erstmal wieder die Rejection, beziehungsweise die Kaufkraft der Bullen und wir sind pretty much auf den gleichen Leveln geschlossen wie der vorherige Wochen Kerzenschluss. Nichtsdestotrotz erstmal soweit ein bärischer Kerzenschluss. Wir schauen es uns jetzt noch einmal differenzierter in den untergeordneten Timeframes an. Dafür blende ich aber kurz noch einmal die EMA Ribbons ein, denn hier stehen wir aktuell überhalb dieser EMA Ribbons. Auch die haben wir noch einmal retestet. Die geben uns letzten Endes immer, sage ich mal, ein Signal, beziehungsweise sind ein Indikator für uns, ob wir derzeit in einer bullischen oder bärischen Phase stecken. Wir standen sehr, sehr lange in dieser bärischen Downtrend Phase, haben es jetzt letztendlich final durchbrochen und von daher sollten diese Level erstmal als Supporte dienen, haben sie jetzt auch. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt das Ganze einmal in der Daily anschauen, dann sehen wir, dass dieser Retest noch nicht erfolgt ist und wir definitiv auch noch einmal Platz haben, um hier weiter zu korrigieren bis an die 44.500 mindestens. Es wäre noch einmal Retest unserer letzten High-Ebene und von daher, Freunde, ist hier definitiv erstmal soweit noch Korrekturpotenzial im Bitcoin-Markt vorhanden. In der 4-Stunden-Chart werden wir auch ganz schnell sehen, Freunde, dass wir natürlich auch dieses Korrekturpotenzial haben. Warum? Weil wir letztendlich hier diese bullischen Strukturen gefinisht haben und ins Ziel gebracht haben. Danach ist natürlich auch jederzeit eine Korrektur möglich und diese Korrektur darf erstmal vollzogen werden, bis in unser nächstes attraktives Kauflevel, was das Gesamtkorrekturlevel hier in dunkelblau darstellt. Und von daher ist hier weiterhin mein interessanter Re-Entry-Buy, wo ich mich positioniert habe bereits mit meinen Buy-Limits bei 42.700 runter bis hin zur Marke 40.800. Hier habe ich die Angel bereits ausgeworfen, Buy-Limits sind platziert. Sollte es jetzt noch einmal zur Korrektur kommen, werden wir hier getriggert. Ansonsten schauen wir uns das jetzt noch einmal untergeordnet an, denn hier können wir schnell identifizieren, dass der Markt erstmal soweit etwas Bärisches aufgebaut hat und hier aktuell zwischen zwei Key-Levelen steht. Einmal ein bärischen internen Korrekturlevel und das Korrekturlevel dieser Aufwärtsbewegung hier in grün. Und von daher befinden wir uns hier gerade in einer Range. Und solange wir uns in dieser Range befinden, können wir derzeit nichts machen, Leute. Wir brauchen einfach das Signal des Marktes in Form des Bruches einer dieser Level. Brechen wir das Bären-Level, orientieren wir uns im Anschluss natürlich in, sage ich mal, Long-Einstiege. Brechen wir dieses Level, kann man natürlich noch einmal versuchen, den Markt hier runter zu shorten. Ich selber mache es nicht. Ihr kennt mein Prinzip, ich shorte Bitcoin und Ethereum grundsätzlich nicht. Ich warte soweit erstmal ab, sollte dieses Bruch oder der Bruch dieses Levels erfolgen, dass wir hier mit unserer Korrektur bis an das Level von 42.700 laufen. Also, von der heutigen Woche hier in Bitcoin erstmal zu erwarten, eine klare Entscheidung. Und wenn wir diese Entscheidung sehen, dann können wir wieder trade-technisch agieren. Natürlich herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der diesen Short hier mitgenommen hat oder letzten Endes auch nochmal hier probiert hat. Gibt definitiv oder gab definitiv jede Menge Möglichkeiten. Ansonsten springen wir auch direkt rüber zu Ethereum heute an. Cut, Freunde, heute Abend können wir natürlich Step-by-Step im Detail nochmal auf jegliches Chart-Setup zu sprechen kommen und natürlich auch auf eure Rückfragen zu sprechen kommen. Also, sei heute Abend um 20.30 zu 100% am Start. Schauen wir uns jetzt Ethereum erstmal in der Weekly an. Hier haben wir natürlich auch, wie in Bitcoin, die wunderschöne Reaktion aus unserem Gesamtkorrekturlevel gesehen. Hier sind wir long seit knapp 2.420. In Bitcoin das gleiche sind wir long seit knapp 34.400 in etwa. Auch hier haben wir dann natürlich etwas Bullisches aufgebaut und der Markt hat erstmal ein gewisses Potenzial zu steigen. Und dieses Potenzial, Freunde, das haben wir jetzt die letzte Woche ausgeschöpft. Das heißt, wir erreichen mit dem Weekly Candle Close unser erstes Target der Bären bei knapp 3.520. Und von daher, Freunde, hier allein aus dieser Weekly Ansicht haben wir definitiv Korrekturpotenzial. Wir schauen es uns jetzt auch mal mit den EMA Ribbons an. Wo liegen wir hier? Auch hier haben wir diesen Retest im Gegensatz wie bei Bitcoin in der Weekly noch nicht gesehen. Von daher auch definitiv Korrekturpotenzial gegeben. Schauen wir uns das in der Daily an. Auch hier massives Korrekturpotenzial gegeben bis hin zu den Retests der EMA Ribbons. Und jetzt schauen wir uns das auch nochmal untergeordnet an in der Daily. Denn auch hier haben wir natürlich neue bullische Strukturen aktiviert. Nämlich einmal die hier in hellgrün. Ziellevel aus meiner Sicht mit, sage ich mal, einem gewissen Toleranzbereich abgearbeitet. Die offenen Ziellevel hier in Türkis liegen überhalb unseres Bärenlevels bei 4.150. Die sind noch offen. Nichtsdestotrotz aufgrund dieses Zielerreichens bei 3.520 ein Bärenlevel. Plus diesen Toleranzbereich gilt für mich abgearbeitet. Erwarte ich hier in Ethereum diese Woche erstmal soweit eine Korrektur. Wenn es in Bitcoin nach unten geht, geht es natürlich auch in Ethereum nach unten. Und der gesamte Kryptomarkt wird mit runtergezogen. Nichtsdestotrotz sind oder laufen gerade hier Bitcoin und Ethereum ein wenig entkoppelt. Wir sehen es auch im IFPTC-Chart gleich, dass Ethereum die letzten Tage Bitcoin massivst outperformed hat. Bleiben wir noch einmal hier in dem Markt. Wir suchen unser nächstes interessantes Re-Entry. Sollte es jetzt zur Korrektur kommen, nehmen wir das Gesamtkorrekturlevel dieser gesamten grünen, hellgrünen Struktur. Und das interessante Re-Entry-Level hier in Ethereum liegt aktuell bei knapp 2.940 runter bis 2.720. Das ist das nächste interessante Re-Entry-Buy nach SK-System. Ganz wichtig, Leute, keine Anlageempfehlung. Meine persönliche Trade-Idee-Erfahrung und das, was das SK-System mir hergibt. So, das soweit erstmal zu Ethereum. Also, ich erwarte hier definitiv erstmal eine Korrektur im Markt. Und jetzt schauen wir uns abschließend auch nochmal die letzten Märkte an. IFPTC. Denn auch hier haben wir schon aus meiner Sicht das erste Potenzial ausgeschöpft. Natürlich kann der Markt noch einmal ein wenig steigen und dieses Level noch einmal genauer anlaufen. Nämlich das Gesamtkorrekturlevel der letzten Abwärtsbewegung an der Marke in etwa bei 0,0763. Ist noch offen, aber auch aus Toleranzgründen gilt dieses Level als abgearbeitet. Und von daher kann es auch hier in Ethereum BTC nach so einem massiven Uprun erstmal zu einer gewissen Korrektur kommen. Und damit bietet sich natürlich auch ein interessantes Re-Entry an, Freunde. Schauen wir uns das jetzt hier einmal an. Wir haben ebenfalls ganz knapp dieses High hier herausgenommen. Der ein oder andere wird schnell sehen. Damit haben wir eine nächstgrößere Sequenz aktiviert. Die zeichne ich kurz noch einmal ein. Und die Targets, wird der ein oder andere auch sehr, sehr schnell erkennen, liegen überhalb unseres Bärenlevels. Damit würden wir das Bärenlevel brechen. Und wenn wir diese Szenarien wirklich finishen sollten, dann können wir hier wieder All-Out-Bullish in BTC sein. Aktuell müssen wir hier von einer Korrektur ausgehen. Nichtsdestotrotz sollte das Bärenlevel hier in Rot gebrochen werden, dürfen wir natürlich dann wieder All-Out-Bullish traden. Und ebenfalls, wenn es jetzt zur Korrektur kommen sollte, Freunde, haben wir natürlich ein interessantes Re-Entry auch hier im Markt. Nämlich nach aktivierter Sequenz haben wir immer die Möglichkeit, noch einmal im BC-Korrektur-Level einzusteigen. Von daher, sollte es jetzt hier in ETH-BTC zu einer Korrektur kommen, haben wir die Möglichkeit, unsere Bitcoins umzutauschen in Ethereum an dem Level knapp 0,07007, um unsere Bitcoin-Menge zu erhöhen. Also, Freunde, das ist der nächste interessante Re-Entry hier in ETH-BTC. Schauen wir uns die Total Crypto Market Cap an, haben wir auch darüber gesprochen, hier haben wir noch ein bisschen Potenzial zu steigen. Nichtsdestotrotz stehen wir auch hier kurz vor Bärenlevel plus Bullen, erste Ziellevel-Erreichung. Deshalb kann es auch hier jederzeit zu einer Korrektur kommen. Das ist die Total Crypto Market Cap including Bitcoin. Wir sehen sehr, sehr schnell, dass die Total Crypto Market Cap excluding Bitcoin, also die Marktkapitalisierung ohne den Werten von Bitcoin, also nur sämtliche Altcoins, schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind und wir auch hier diese Ziele bereits erreicht haben. Aus Bärensicht auch diesen gewissen Toleranzbereich. Und von daher hatte ich es auch in der letzten Woche gegen Ende der letzten Woche gesagt, Freunde, macht euch bereit, dass wir erstmal hier in dem Altrun eine Korrektur sehen können. Warum ebenfalls? Denn in der Bitcoin-Dominance haben wir ebenfalls festgestellt, dass es zeitnah erstmal zu einem Switch kommen kann. Warum? Wir haben sowohl einmal diese bärischen Ziellevel erreicht und ebenfalls auch ein Bullen-Level jetzt angelaufen, nämlich das Korrektur-Level dieser letzten Aufwärtsbewegung. Über diesen Überschneidungsbereich haben wir gesprochen, Freunde, der sehr, sehr attraktiv ist, dass es hier erstmal zu einer Wende kommen kann. Wir haben den jetzt leicht überextendiert, von daher, ich gehe weiterhin stark davon aus, dass die Bitcoin-Dominance hier erstmal wieder steigen wird und von daher die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Vergleich zu sämtlichen anderen Altcoins erstmal wieder steigen wird und wir deshalb in den Altcoins erstmal eine Korrektur erwarten können. Also Freunde, der Fahrplan hier auf den Kryptomärkten sollte für diese Woche klar sein. In Bitcoin brauchen wir erstmal diese klare Bestätigung in Form des Bruches, einer dieser Level, Bruch des Bären-Levels oder Bruch des Bullen-Levels. In Ethereum hingegen sieht das Ganze ein bisschen anders aus, hier haben wir ein klares Chart-Setup, hier haben wir die Bären-Ziellevel erreicht und von daher gehe ich in dieser Woche von fallenden Preisen hier in Ethereum erstmal aus. Falls du was mitnehmen konntest aus diesem Video, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr den Like-Button smasht, gerne Feedback in den Kommentaren da lässt und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle, aller spätestens heute Abend um 20.30 Uhr wieder live, wo wir sämtliche Altcoin-Märkte Deine Wahl bearbeiten. Und von daher, Freunde, wünsche ich euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Wochenstart. Wir hören uns später. Bis dahin. Ciao, ciao.